Willkommen zu einem MIP2 Tutorial. Heute schauen wir uns mal die Zeichenwerkzeuge etwas näher an. Auf den ersten Blick scheinen die ein bisschen primitiv und gerade mal so auszureichen, um während des Spiels ein bisschen was zu skizzieren. Allerdings dadurch, dass wir auch mit Texturen zeichnen können, wird das plötzlich ein richtig mächtiges Werkzeug, das uns dann später beim Kartenbau wirklich sehr hilfreich zur Seite steht. Dazu aber später mehr, wir fangen mal ganz einfach an. Und zwar wechseln wir mal zu den Zeichenwerkzeugen und dann öffnet sich als erstes dieses Fenster. So, hier unten kann ich den Layer auswählen, auf welchen ich zeichne. Mehr zu lehren im entsprechenden Tutorial. Jetzt nur mal so viel. Spieler sind ja immer auf dem Token Layer, die können also nur auf dem Token Layer auch zeichnen. Dem Spielleiter stehen aber auch alle anderen drei Layer zur Verfügung. Auf dem Hinten Layer zu zeichnen macht allerdings wenig Sinn, da kann es ja keiner sehen. Auf dem Objekt Layer wahrscheinlich macht es auch wenig Sinn, dafür aber auf dem Background Layer. Denn gerade wenn wir eine Karte bauen, dann ist das natürlich gut, wenn unsere Zeichnungen genau da sind, wo sich auch die anderen Hintergrundelemente befinden. Okay, wir gehen jetzt aber mal zurück auf den Token Layer. So, ganz oben sehen wir zwei große Quadrate. Das linke Quadrat, das zeigt unsere Linienfarbe an und das rechte Quadrat, das zeigt unsere Füllfarbe an. Wo ist der Unterschied? Das zeige ich anhand eines kleinen Beispiels. Ich zeichne einfach mal ein Quadrat. Und jetzt sehen wir, wir haben eine schwarze Außenlinie. Das ist also unsere Linienfarbe. Und innen drin die Füllung, die ist weiß, also unsere Füllfarbe. Diese Farben kann ich jetzt natürlich auch ändern. Ich klicke also oben einfach mal mit der linken Maustaste auf die Linienfarbe. Dann öffnet sich so ein Fenster. Und dann habe ich hier oben jetzt drei Reiter oder Tabs, bei denen ich die Farbe bestimmen kann. Wir machen es immer mal auf dem einfachen Weg und nehmen als Linienfarbe jetzt einfach mal so ein Blau hier. Okay, dasselbe machen wir mit der Füllfarbe. Dann nehmen wir jetzt einfach mal so ein Braun hier, sowas in der Richtung. Und wenn ich jetzt ein Quadrat zeichne, sehe ich schon, ich habe eine blaue Außenlinie, wieder die Linienfarbe. Und eine braune Füllung, wieder die Füllfarbe. Gut, dann habe ich hier unten drunter noch ein paar andere Farben, wie wir hier sehen. Das ist quasi so ein, damit kann ich quasi Farben schnell auswählen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel mit der linken Maustaste auf Orange klicke, wird dieses Orange gleichzeitig zu unserer Linienfarbe. Und wenn ich mit der rechten Maustaste auf eine Farbe klicke, zum Beispiel auf das Grau, wird dann diese Farbe automatisch zu unserer Füllfarbe. Sehen wir hier wieder das Quadrat, haben wir wieder Außenlinie Orange, Füllfarbe innen Grau. Diese vorgefertigten Schnellauswahlfarben kann ich auch ändern, wenn ich einfach doppelt drauf klicke. Dann kann ich mir für dieses Kästchen da eine neue Farbe aussuchen, zum Beispiel hier mal so ein, weiß nicht, irgendeine Farbe. So, dann sehen wir, ändert sich das da. Und das war glaube ich so ziemlich dieselbe, nehmen wir mal eine andere, so ein helles Grün. Okay, und so kann ich hier einfach meine Farben reinmachen, die ich vielleicht oft benötige. Okay, dann haben wir noch eine ganz wichtige Farbe. Und das ist hier dieses weiße Kästchen mit diesem roten Querstrich in der Mitte. Das ist eine transparente Farbe quasi. Die kann ich nicht sehen. Wofür ist die erst wichtig? Wir wollen zum Beispiel ein Quadratzeichen, den wollen aber keine Füllung haben. Dann nehmen wir es zum Beispiel mal als Linienfarbe schwarz. Und als Füllfarbe eben diese transparente Farbe. Und wenn ich jetzt mal ein Quadrat zeichne, sehen wir schon, aha, okay, da haben wir also eine schwarze Außenlinie, aber keine Füllung. Andersrum geht es natürlich auch. Wir nehmen also die transparente Farbe als Linienfarbe und schwarz mal als Füllfarbe. Und wenn ich jetzt ein Quadrat zeichne, sehen wir, ich habe ein schwarzes Rechteck, aber keine Außenlinie. Okay, das ist also ganz, ganz wichtig, diese transparente Farbe. So, dann fangen wir mal oben mit den Werkzeugen an. Wir hätten hier als erstes das Freiheitslinienwerkzeug. Damit kann ich einfach Linien zeichnen, wie ich das möchte. Ich kann also frei zeichnen. Es ist allerdings wichtig, dass ich hier natürlich erstmal eine Linienfarbe ausgewählt habe. Nehmen wir mal schwarz. Und dass ich dann als Füllfarbe die transparente Farbe benutze. Dann kann ich jetzt hier hingehen, kann die linke Maustaste gedrückt halten und zeichnen, wie ich gerade möchte. Was passiert allerdings, wenn wir jetzt eine Füllfarbe ausgewählt haben? Das schauen wir uns mal an. Wir nehmen mal Rot als Füllfarbe. Wenn ich jetzt zeichne und dann die linke Maustaste loslasse, dann werden Anfang und Endpunkt mit einer geraden Linie verbunden. Und alles, was so dazwischen ist, wird mit der Füllfarbe gefüllt. Das möchten wir normalerweise nicht, wenn wir Freihand zeichnen. Deswegen dran denken, da immer eine transparente Farbe als Füllfarbe zu wählen. Dann kann ich normal zeichnen. Gut, das bietet sich jetzt auch gut an, um mal das hier zu klären. Das ist die Linienstärke. Die kann ich jetzt zum Beispiel, die steht jetzt auf 3. Die kann ich jetzt mal auf 10 erhöhen. Und wir sehen, wenn ich jetzt zeichne, habe ich eine dickere Linie. Ich kann das hier mit den Pfeiltasten machen. Oder aber auch die Linienstärke direkt eingeben. Dann nicht vergessen Enter zu drücken, damit es übernommen wird. Und jetzt sind wir bei 20, hier sitzt es noch dicker. Damit kann ich also verschiedene dicken Linien machen. Das funktioniert natürlich dann auch bei den Rechtecken zum Beispiel. Da haben wir auch die Außenlinie. Mache ich mal und wir sehen, wir haben eine richtig dicke Außenlinie mit der Linienstärke 20. Gleich mal zur Info, wenn ich mich nicht irre, liegt das Maximum bei der Linienstärke übrigens bei 300. Gut, wir machen es jetzt aber mal wieder zurück auf 3. Okay, dann kommen wir zum nächsten Werkzeug. Das Linienwerkzeug. Damit kann ich einfach nur gerade Linien zeichnen. Da kann ich auch, wird die Füllfarbe auch nicht berücksichtigt. Ich klicke also einmal mit der linken Maustaste. Die muss ich dann auch nicht gedrückt halten. Ziehe mal eine Linie, wo ich sie hinhaben möchte. Und drücke dann nochmal die linke Maustaste. Und dann habe ich da mal eine Linie. Was wir hier auch sehr schön sehen, ist, wenn wir so eine Linie zeichnen, sehen wir am Mauskurse ja immer diese Zahl hier. Das ist die Entfernung, die angegeben wird. Das ist dann zum Beispiel nützlich, wenn ich gleich lange Linien zeichnen möchte. Wir sehen das zum Beispiel auch beim Rechteck, wenn wir das zeichnen. Dann wird die Entfernung auf der X- und Y-Achse angegeben. Da kann ich also gleich große Sachen quasi zeichnen. Wenn ich das nicht möchte, kann ich das auch ausschalten. Dann gehe ich oben einfach auf Ansicht. Mache hier das Häkchen weg bei Display Drawing Distances. Und dann wird mir das nicht mehr angezeigt. Okay, nächstes Werkzeug. Das Rechteckwerkzeug, das kennen wir jetzt eigentlich schon. Wir wissen, wie es funktioniert. Wenn ich ein Rechtecknitz zeichnen möchte, dann auch klicken. Mit der linken Maustaste nicht gedrückt halten, sondern dann einfach das Quadrat aufziehen. Und wenn ich fertig bin, wenn ich das ausgewählt habe, wieder linke Maustaste drücken, fertig. Das Kreiswerkzeug oder Ovalwerkzeug funktioniert ganz genauso. Einmal klicken, dann meine Form machen und dann wieder klicken, fertig. Da gibt es allerdings bei diesem Ovalwerkzeug noch eine Besonderheit. Ich mache mal, damit man das vielleicht besser sieht, mal eine Füllfarbe rein. So, und wir sehen jetzt, wenn wir ein Oval zeichnen, drücke ich die linke Maustaste und dann fange ich ja links oben an und ziehe das so auf. Ich kann es nach rechts unten oder auch rechts oben aufziehen oder wie ich möchte. Ich fange quasi in einer Ecke an. Beim Oval gibt es natürlich keine Ecke. Aber ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich ziehe es also von oben links zum Beispiel nach unten rechts auf. Wenn ich jetzt allerdings auf der Tastatur die Alt-Taste gedrückt halte und dann meinen Oval zeichne, dann ist das ein bisschen anders. Ich drücke also mal die Alt-Taste, lasse die gedrückt und jetzt wird nämlich das von innen aufgezogen. Ich kann also beim Mittelpunkt quasi anfangen. Das kann natürlich recht nützlich sein, wenn ich hier einen bestimmten Mittelpunkt auch habe auf der Karte, wo ich da quasi was drum herum zeichnen möchte. Okay, dann gibt es noch eine Besonderheit, gerade wichtig bei dem Rechteckwerkzeug und auch hier bei dem Ovalwerkzeug eventuell. Wir machen es mit dem Rechteckwerkzeug. Wir können nämlich unsere Zeichnung auch am Raster fixieren. Damit wir das besser sehen, machen wir mal das Raster an. Oben auf Ansicht Raster. Jetzt haben wir unser quadratisches Raster. So, normalerweise wenn ich zeichne, dann kann ich ja auch zwischen dem Raster zeichnen. Also direkt auf den Feldern, wie wir hier sehen mit dem Rechteckwerkzeug. Wenn ich das jetzt allerdings anmache, Snap to Grid an, das ist dieser Button hier, dann sehen wir schon, dann wird das direkt immer nach dem Raster ausgerechnet. Ich kann also nicht mehr zwischen zwei Feldern malen, sondern direkt nur von Feld zu Feld das vergrößern. Der Button hier, der lohnt sich, wenn ich viel am Raster ausrichten möchte und das kann dann zum Beispiel nützlich sein, wenn ich zum Beispiel eine Karte habe und habe da schmale Gänge auf der Karte. Diese Gänge sind auch schon am Raster ausgerichtet und da möchte ich direkt in den Gang was reinzeichnen. Da kann es dann nützlich sein, dass ich das zum Beispiel am Raster ausrichte. Ich muss den aber auch nicht vorher immer anmachen, vor allen Dingen darf ich da auch nicht vergessen, wieder den auszumachen. Habe ich jetzt wieder gemacht. Ich kann auch einfach, wenn ich jetzt das Quadrat oder das Oval zeichne, einfach auf der Tastatur die Steuerungstaste gedrückt lassen und dann anfangen zu zeichnen. Auch dann wird das immer am Raster ausgerichtet. Dann muss ich den Button nicht immer benutzen und vergesse das auch nicht an oder aus zu machen. Gut, das hätten wir also auch. Damit haben wir die Werkzeuge quasi schon durch. Jetzt schauen wir mal, bevor wir das Textwerkzeug machen, noch ein paar andere Sachen an. Wir hätten hier noch ein paar weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel hier das hier, das ist die Deckkraft. 100 bedeutet zu 100% decken die Farben. Wir sehen das also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine andere Hintergrundfarbe. Wenn ich jetzt hier was drüber zeichne, deckt das zu 100%. Das kann ich jetzt ändern. Ich kann jetzt sagen zum Beispiel 50. Wieder Enter drücken, damit das übernommen wird oder eben mit dem kleinen Pfeiltasten hier ändern. Wenn ich jetzt das mal hier drauf zeichne, sehen wir schon, das wird transparent, weil es nur noch zu 50% Deckkraft hat. Ich kann da zum Beispiel auch mal 10 eingeben und dann ist das kaum noch sichtbar. Sehen wir hier sehr schön. Damit kann ich also die Deckkraft einfach ändern. Kann für verschiedene Sachen eingesetzt werden. Da ist eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir machen es mal wieder zurück auf 100. So, das Raster mache ich übrigens mal wieder aus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt kann es ja auch sein, dass mir das, was ich da gezeichnet habe, gar nicht gefällt. Ich mache jetzt zum Beispiel wieder mal ein Quadrat, ein Rechteck und sage, nee, das gefällt mir jetzt nicht. Dann gehe ich einfach auf Bearbeiten, letzten Zeichenschritt rückgängig machen. Dann ist das weg. Das kann ich auch mehrmals machen. Dann werden, wie gesagt, immer die letzten Zeichenschritte rückgängig gemacht. Jetzt denke ich mir aber, oh, gefällt mir ja doch ganz gut. Dann sage ich einfach Bearbeiten, Zeichnung wiederherstellen. Und dann wird der zuletzt rückgängig gemachte Schritt wiederhergestellt. Jetzt kann ich auch sagen, ich habe zwar schon die halbe Karte gezeichnet, aber das gefällt mir so ganz und gar nicht. Dann gehe ich oben einfach auf Bearbeiten, Zeichnung löschen. Dann kommt hier noch so eine Sicherheitsabfrage. Und wenn ich Ja klicke, dann werden alle Zeichnungen, die ich auf dieser Ebene gemacht habe, auf diesem Layer, auch gelöscht. Gut, dann haben wir natürlich noch was anderes. Jetzt machen wir die Linienstärke nochmal, sagen wir, auf 50. Und zeichnen einfach mal hier ein bisschen rum. Vielleicht nicht mit schwarz, sondern mit blau. So, jetzt habe ich hier auch den Radiergummi. Der funktioniert genauso wie das Werkzeug, das gerade ausgewählt ist. In unserem Fall also das Freihandlinienwerkzeug. Ich aktiviere den jetzt also und dann kann ich den benutzen wie das Freihandlinienwerkzeug und kann hier einfach anfangen zu radieren, was ich nicht haben möchte. Wenn ich jetzt die Maustaste loslasse, ist das genau wegradiert alles, was ich nicht haben möchte. So. Wenn ich jetzt zu einem anderen Werkzeug wechsle, zum Beispiel zum Rechteckwerkzeug, ist der Radiergummi nicht aktiviert. Ich aktiviere den also für jedes Werkzeug einzeln. Gehe ich zurück auf das Freihandlinienwerkzeug, ist der noch aktiviert. Deswegen auch niemals vergessen, den wieder der zu aktivieren, sonst löscht man nachher automatisch, obwohl man eigentlich zeichnen möchte. Es gibt da auch noch einen anderen Weg, einen einfacheren Weg. Ich habe jetzt auch das Linienwerkzeug wieder hier angewählt. Und statt jetzt den Button zu aktivieren, halte ich auf der Tastatur einfach die Shift-Taste gedrückt. Dann wird automatisch immer für das aktuelle Werkzeug der Radiergummi quasi aktiviert. Dann kann ich wegmachen, was ich möchte. Und wenn ich die Shift-Taste loslasse, dann ist noch der Radiergummi weg. Und ich kann nicht vergessen, hier diesen Radiergummi als Button an- oder auszumachen. So. Wie gesagt, wir können auch mit anderen Werkzeugen radieren. Wir haben jetzt mal das Rechteckwerkzeug wieder. Ich halte wieder die Shift-Taste gedrückt auf der Tastatur. Und ich brauche jetzt natürlich eine Füllfarbe, sonst radiert er nur die Linie weg. Machen wir also mal eine beliebige Füllfarbe. So. Und jetzt mache ich hier mein Rechteck. Zack. Dann ist das einfach weg. Übrigens, wenn ich jetzt auf verschiedenen Layern gezeichnet habe. Das hier ist jetzt zum Beispiel alles auf dem Token-Layer. Jetzt zeichnen wir mal was auf dem Background-Layer noch. Einfach mal ein weiteres Quadrat und gehen zurück auf den Token-Layer. So. Ich nehme mein Radiergummi jetzt. Radiere das hier alles weg. Wir sehen allerdings, das hier ist nicht wegradiert worden. Warum? Weil sich das nicht auf dem aktuellen Layer befindet. Sondern eben auf dem Background-Layer. Der Radiergummi radiert also auch nur quasi immer auf dem aktuellen Layer. Gut. Jetzt kommen wir dann doch mal zum Textwerkzeug. Ich kann hier mein Textwerkzeug anwählen und kann an einem beliebigen Punkt auf der Karte einfach mal draufklicken. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster. Da können wir jetzt unseren Text eingeben. Beispiel Text in unserem Fall. Klicken auf OK. Und dann erscheint der Text in so einer kleinen Blase noch, damit man das besser sehen kann. Und das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt kann ich hier draufklicken. Dann wird er markiert. Dann kann ich den auch verschieben. Oder kann er aber auch hingehen und sagen, wieder markieren und entfernen auf der Tastatur drücken. Dann wird er wieder gelöscht. Wir machen jetzt aber nochmal unseren Beispieltext dahin. Und was wir als erstes mal sehen wollen, ich schiebe den mal hier unten hin, damit man das besser sieht. Vielleicht hier zu dem Quadrat. Wenn ich jetzt auf der Karte zoome, ändert sich die Größe des Textes nicht. Die Karte ändert sich, aber die Größe des Textes bleibt immer gleich. Damit das auch immer gut auf der Karte sichtbar ist. Ganz einfach. So. Was kann ich noch machen? Ich kann jetzt nochmal doppelt draufklicken, um das zu editieren. Kann den Text natürlich ändern. Oder kann auch hingehen und sagen, ich möchte eine andere Farbe für die Schrift haben. Sehen wir hier Foreground. Da kann ich die Farbe auswählen. Haben wir hier wieder die verschiedenen Optionen, um eine Farbe auszuwählen. Ich nehme wieder den einfachen Weg und sage einfach mal hier Rot. So, dann nochmal OK. Und wir haben rote Farbe. Dann können wir noch was machen. Wir können hier bei Show Background das Häkchen rausmachen. Wenn ich jetzt auf OK klicke, sehen wir schon, da ist dann diese Blase weg. Dann bleibt da nur noch die Schrift übrig. Also ohne Blase wird die dann angezeigt. Kann es auch wieder hinmachen. Sieht man den Unterschied. So. Gut. Das waren eigentlich schon die Werkzeuge. Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, wir können auch mit Texturen zeichnen. Und was wir damit bewerkstelligen können, schauen wir uns jetzt mal an. Wir wollen jetzt zum Beispiel mal ein kleines Haus zeichnen, einfach, indem die, dass die Helden durchsuchen können. Das machen wir dann ganz schnell. Wir gehen also erstmal auf unser Quadrat, unser Rechteckwerkzeug. Jetzt klicken wir wieder oben auf Linienfarbe. Wählen aber keine von den Farben, sondern wählen hier Texture aus. Damit kann ich Texturen, die sich in unserer Bibliothek, in unserer Ressourcenbibliothek befinden, auswählen. Ich habe da schon was vorbereitet. Ich möchte jetzt die Linienfarbe ändern. Das ist in dem Fall die Wände und auch die Außenwände. Die sollen aus Stein sein. Dann nehme ich hier diese Steintextur, unten wieder die Vorschau. Klicke auf OK. Und als Füllfarbe möchte ich jetzt hier diese Holzboden haben. Das soll dann unser Boden sein. So, jetzt zeichne ich mein Rechteck. Ich mache die Linienstärke mal anders. Vielleicht, weiß nicht, 30. Und jetzt zeichnen wir einfach mal. Ah, das sieht auch schon nicht schlecht aus. So, zack. Ich zoome mal ran. Und jetzt haben wir eigentlich schon unser kleines Haus da. Jetzt können wir noch ein paar Räume reinmachen. Machen wir mal. Hier zum Beispiel. So, ein Raum. Dann machen wir hier vielleicht noch einen kleineren hin. Da. Und hier machen wir auch noch einen hin. Und schon haben wir ein Haus mit insgesamt vier Räumen. Jetzt wollen wir da noch Türen reinmachen. Das bedeutet, wir wählen als Linienfarbe einfach transparent aus. Als Füllfarbe haben wir weiterhin hier die Holzbohlen. Jetzt zoome ich mal ein Stückchen näher ran. Und jetzt machen wir hier noch Türen rein. So, hier machen wir eine hin. Dann machen wir da eine hin. Und hier machen wir auch noch eine hin. So, und eine Haustür, die brauchen wir natürlich auch. Zack. So, und in 0,X haben wir ein kleines Haus gebaut. Jetzt können wir noch weitere Sachen damit machen. Nur mal als Beispiel jetzt. Ich nehme mal als Linienfarbe eine weitere Textur. Die hier. Füllfarbe machen wir transparent. Und wir wählen oben unser Linienwerkzeug aus. Und, ähm, Freihandlinien. Und die Füllstärke machen, die Linienstärke machen. Ich mache mir mal auf 200. Und jetzt, äh, kann ich einfach zum Beispiel einen kleinen Weg noch vor dem Haus einzeichnen. So. Zack. Der geht hier lang, der Weg. So. Dann haben wir einen Weg, wo die Helden langkommen können. Und, äh, dann das Haus durchsuchen können. Ähm, ich denke, das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Wenn man dann auch ein bisschen kreativ wird, ähm, kann man damit wirklich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit anfangen. Eine wirklich super Sache, die man, ähm, auf jeden Fall benutzen sollte. Gerade, wenn man sich mehr mit dem Kartenzeichen beschäftigt. Gut. Damit hätten wir jetzt aber auch alles, was es an Zeichenwerkzeuge gibt. Wie gesagt, äh, man kann wirklich viel mitmachen. Mehr als auf den ersten Blick ersichtlich. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und sage, wir sehen uns, äh, hoffentlich beim nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und, äh, dann geht's gut.